Hallo, mein Name ist Christopher Kolb, ich bin Student an der Hochschule Kaiserslautern im Fachbereich LDD, also Logistik, Diagnostik und Design. Wir haben im Rahmen des ICT-Projektes zusammen mit Herrn Wölke, Jens Superck, Lukas Stahl und ich die Thematik der Umstandsprozesse mit dem Hintergrund der Greifer im Logistikspiel Factorio bearbeitet. Wie genau das Spiel funktioniert und was wir dort getan haben, können Sie im Laufe unseres weiteren Vortrags erfahren. Ebenso können Sie diese in unserer Arbeit nachlesen. In diesem Video wollen wir nur kurz für uns festhalten, was wir bei diesem Projekt für uns gelernt haben und wo wir festgestellt haben, wo wir noch deutsches Verbesserungspolitik haben. Bei mir war dies zum einen die Dokumentation meiner Arbeitsschritte, die ist vor allem deswegen wichtig, falls später mal diese Arbeit weiter aufgebaut werden soll, damit die weiteren Gruppen oder gegebenenfalls ich sogar leichter nachvollziehen können, was ich genau in diesem Schritt gemacht habe. Ebenso habe ich festgestellt, wie wichtig es ist, regelmäßige Teamtreffen zusammen mit dem Projektleiter und dem Projektteam abzuhalten, um unsere Etappenziele zu definieren und dafür auch einen zeitlichen Rahmen festzulegen, in welchem wir dann auch eine gewisse Pufferzeit einberechnen können, je nachdem, ob wir noch Änderungen vornehmen wollen. Des Weiteren ist es mir aufgefallen, was für mich der größte Punkt war, ist meine Stärken und Schwächen besser einzuschätzen und dementsprechend auch meinen Zeitplan zurechtzulegen. Sprich, dass ich für die Arbeitsschritte, wo ich meine Stärken drin sehe, nicht ganz so viel Zeit einplanen muss, wie für die Arbeitsschritte, welche mir schwerer fallen und mir dementsprechend meinen Zeitplan besser anpassen kann, um die Etappenziele dann auch rüstgerecht erreichen zu können. Dann kurz nochmal zum Spiel Factorio. Factorio ist eben ein Logistikspiel, wo man gewisse Logistikprozesse nachsimulieren kann. Die Handlung besteht eben kurz und knapp darin, dass man auf einem fremden Planeten strandet und das Ziel ist es eben, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Der Hintergrund dieser Arbeit war nun eben, wie man auch das Spiel in unserem Logistikstudiengang einbauen könnte und eventuelle Module finden, wo dies am besten geht. Aus diesem Grund haben wir Herrn Wiedlert noch zu unserer Präsentation eingeladen, da wir unter anderem sein Modul, das Supply Chain Management, hierfür sehr geeignet erachten. Das war es soweit von mir und ich gebe dann weiter meinen Grund. Hallo, mein Name ist Jens Subert und ich bin Logistikstudent an der Hochschule Kaiserslautern im Standort Pirmasens im Studiengang Logistics, Diagnostics and Design. Im Rahmen unseres ICT-Projekts hat sich unser Team Isata mit der Thematik des Spiels Factorio und dessen Anwendungsmöglichkeiten im Logistikstudiengang befasst. Speziell mit der Greiferthematik. Hierbei ging es darum, den Vergleich zwischen einem Speedrunner, das heißt ein Gamer, der das Ziel hat, das Spiel schnellstmöglich zu beenden, und einem Logistiker, der natürlich die optimierte Variante einer Fabrik versucht herzustellen, diesen Vergleich zu ziehen und Unterschiede zu analysieren, beziehungsweise die unterschiedlichen Herangehensweisen dieser zwei Parteien darzustellen. Ja, aus unseren persönlichen Lernerfahrungen, die wir gezogen haben, ist es bei mir so, dass ich persönlich auch viel mit der Videospielbranche oder mit dem Gaming an sich zu tun habe und davon ausgehend, von diesem Punkt ausgehend dachte, so ein Speedrunner, der das Spiel schnellstmöglich fertig bekommt, der innerhalb von einer wahnsinnigen und unvorstellbaren Zeit ein Spiel beendet, in dem wir mehrere Tage, Wochen, sogar Monate daran gesessen haben, dass diese Personen innerhalb von Stunden schaffen, dachte ich natürlich, diese Person muss das Spiel komplett verstanden haben, er muss die Hintergründe wissen, er muss alles optimiert haben, es muss alles perfekt laufen und perfekt dargestellt werden, dass so ein Szenario überhaupt möglich ist, aber da haben wir eben falsch gedacht oder mir als Gamer, nenne ich mich jetzt, ist es aufgefallen, dass es eben nicht dieser Fall ist, dieses optimierte Spiel. Das ist bei unserer Analyse der Arbeit dann eben sehr stark aufgefallen, dass ein Gamer beziehungsweise ein Speedrunner im Speziellen wirklich nur darauf auf ist, mit dem maximalen Ziel des Raketenabschlusses in diesem Beispiel an das Spiel herangeht und wir bei der Optimierung seiner Fabrik wirklich gemerkt haben, dass es doch sehr, sehr viele Ressourceneinsparmöglichkeiten gibt, beziehungsweise nicht alles mehr Schein als Sein ist. Also diese Speedrunner da eben nur Abertausende von Endgame-Produkten mit einbauen, allerdings, sage ich mal, die Realität aus den Augen verlieren. Das ist uns bei der Bearbeitung beziehungsweise mir im Speziellen sehr stark aufgefallen. Zur abschließenden Frage, was wir von Faktorio mitnehmen oder warum man als Logistiker Faktorio spielen sollte, lässt sich auf jeden Fall sagen, dass man mit Faktorio sein theoretisch angelerntes Wissen praktisch einfach mal umsetzen kann. Man hat die Möglichkeit, in der Spielewelt alles, was man so mal ausprobieren wollte, wirklich auch sehr, sehr realitätsnah nachzuahmen und einfach mal zu testen, was für eine Arbeit, was hinter dieser Theorie steckt, wie das im Praktischen ablaufen könnte. Und man kann natürlich auch Fehler machen. Das gehört dazu am Anfang. Wir haben noch keine langjährige Erfahrungen in dieser Berufsbranche. Und daher kann man in diesem Spiel einfach testen, machen. Man erlernt so viele neue Fähigkeiten, was die Logistik angeht, was die Plano angeht, die Organisation. Und dementsprechend können wir als Team wirklich jedem Logistikstudenten oder auch den Logistikern im Allgemeinen nur wärmstens empfehlen, das Spiel Faktorio für sich auszuprobieren. Hallo, liebe Dozenten, Herr Wölger, Herr Wiegland, liebe Teammitglieder. Mein Name ist Lukas Stahl. Ich bin Logistikstudent an der Hochschule Kaiserslautern am Standort Pimmersens. Und das hier ist mein kurzes Statement-Video zu unserem ICT-Projekt mit dem Videospiel Faktorio. Kurz, was ist Faktorio? Der Spieler wird auf einem fremden Planeten ausgesetzt, muss sich auf die Suche nach Rohstoffen begeben, diese fördern, weiterverarbeiten und später zu einem funktionierenden System zusammenbringen. Mit Hilfe von Fließbändern, Greifern und Montagemaschinen. Ziel des Spiels ist es, Wissenschaftspakete zu produzieren, mit deren Hilfe neue Technologien geforscht werden können und die Automatisierung immer weiter vorangetrieben werden kann. Und ja, das Spiel gewinnt man, wenn man eine Rakete ins Wendland schießt. Ich will in diesem Video jetzt vor allem auf den Logistikbezug eingehen, auf die logistischen Inhalte, die Faktorio vermittelt. Erstmal der Weg mit Faktorio ein ICT-Projekt zu bestreiten, war auf jeden Fall ein moderner Weg, der vielleicht auch junge Leute anspricht, gerade halt als Logistikstudent, da die logistischen Inhalte vermittelt werden. Es äußert sich so, dass in Faktorio die direktliche, bildliche und physische Darstellung logistischer Prozesse lässt einen die Sachverhalte besser verstehen und schneller verstehen. Das fängt bei der Auswahl der richtigen Greifer an und deren Positionierung. Der Spieler bekommt in Form der Funktionalität der jeweiligen Greifer direkt eine Rückmeldung, ob dieser nun richtig positioniert ist oder nicht. Das heißt, Sachverhalte lassen sich im Faktorio manchmal schneller verstehen, ja wie bei konventionellen Vorlesungen mit Hilfe von Foliensätzen oder anderen Medien. Dadurch, dass es halt ein Computerspiel ist, hat man direkt Reaktion-Aktion, also man kann direkt die Auswirkungen auf die verschiedenen Veränderungen sehen. Ist natürlich für einen Logistikstudenten super. Mir persönlich hat es auch geholfen, die Abläufe und die Systeme besser zu verstehen. Ich denke, es hat auch Potenzial, dass es anderen Studenten auch so geht. Für mich waren die Folien immer ein bisschen trocken. Ja, ich denke, das kommt auf den Studenten drauf an, ob es dem dann genauso geht wie mir, dass er es besser versteht oder nicht. Auf jeden Fall ist es eine Abwechslung zum normalen Logistikalltag. Eine kleine Idee, vielleicht könnte man das Faktorio-Spiel auch in den anderen Modulen einsetzen, wie zum Beispiel Logistikplanung oder Förderlagertechnik im Logistikalltag als Student. Ja, abschließend lässt mich noch sagen, dass ich mich beim Herr de Boelker bedanken will, für die gute Kommunikation, das reibungslose Mitarbeitende untereinander. Die YouTube-Videos auf dem YouTube-Kanal Martins Ware Logistik waren auch sehr hilfreich, um die Thematik reinzufinden. Ja, und ich denke, die gemachten Erfahrungen bringen uns als Gruppe in unserem logistischen Denkvermögen ein gutes Stück weiter. Bis dahin, gute Zeit und vielen Dank.